ich stehe hier im parkhaus messe stuttgart und ohne viel gelaber schauen wir uns heute einfach ein bisschen auf der messe um ich filme ein bisschen und das war es dann auch schon wieder genau klassische deutsche kennen welche schnittet was geht hier los Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und dann das Regen ist es. Hey du Banane! Oh, ich seh du, ist Miki! Alles klar? Genau. Dann haben wir noch einen Teller. Ja? Ja? So, bitteschön. Und das selber draufhauen? Genau. Okay. Und zwar anfangen mit dem Sketch ab. Das ist besser. Aber große oder kleine? Da ist sie. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, okay. Machst du es? Ja. So meine Lieben, ich weiß jetzt nicht wie viel Material da zusammengekommen ist heute. es war auf alle fälle ganz nett hat mir sehr gut gefallen es war nicht so viel los wie erhofft aber es war ja auch bloß ein kleiner ausschnitt von der ganzen messe die barbecue geschichte und naja ich war auf alle fälle da ich danke meinem fahrer der mich abgeholt hat und wieder nach hause gebracht hat vielen lieben dank dafür und ich hoffe du kommst auch mal wieder vorbei wenn es was zum essen gibt können auch direkt was ausmachen ganz gerne ja und die zwei anderen wo da waren ihr seid spitze ihr seid so genial es hat mich so dermaßen gefreut euch endlich persönlich kennenzulernen und ich freue mich schon richtig wenn es mal klappt dass ich dann zu euch komme ja gut ich hoffe allen anderen hat das kleine video ein bisschen gefallen wegen wenigstens die sprecherei ja und ihr habt es ja am schluss noch gesehen ich habe mal bei jubi was ja jubi hier hier ein bisschen was mitgenommen und da werde ich auch noch was leckeres machen zwei teile sind in froster gewandert und ein teil im kühlschrank doch das könnte demnächst noch ein richtig tolles kleines zuhause video werden also tschauikowski bis zum nächsten mal wir sehen uns tschüssi